Yo Leute, Willkommen zu meinem ersten Live-Kommentary in der Black Ops 3 Beta. Ähm, ja nicht wundern, die Qualität ist vielleicht etwas schlechter als sonst, weil das Gameplay gerade eben im Livestream entstanden ist. Aber ich denke, man kann es sich auf jeden Fall auch anschauen und yo Leute, gönnt euch einfach. Und ohne Orbi, ohne Orbi war die, ich war nur mit ERP-System. Der ersten Orbi war Orbi. Sobald sie lokalisiert sind, mach ich sie fertig. Ja, bei mir sagt er, es ist das Gleiche, das finde ich gut übrigens. Finde ich auch gut. Das hat immer abgefuckt, wenn das bei einem als Anderes gesagt hat. Ich habe irgendwie einen Strahldämpfer dabei, das finde ich ganz gut eigentlich. Was für ein Ding? Strahldämpfer. Strahldämpfer. Dann sehen die nicht, wenn du rumdashst und so. Ähm, was? Das ist sowas wie Geist. Junge, wie er geschluckt hat. Er hat drei Hitmacher von Kuda bekommen. Naja, das ist aber nicht schlucken, oder? Doch. Das ist eine MP. Ja und? Das ist auch zwei Meter. Ja, okay. Aber jetzt, ich war ein Lachs oben. Ja, bei uns, war zwei Meter. Oh Mann! Der Lachs verändert ja nur den Schein auf die Reichweite. Ja, 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 ja. Ein Abschuss. Alter, ich habe erst einen Gegner gefunden, Mann. Die haben schon eine Drohne. Oh, den habe ich aber geil geholt. Ich wollte den gerade abstauben. Den habe ich abgestaubt. Stimmt. Aber du wolltest auch nicht so das Boss aimen. Kann ich schon sagen. Hä? Dann hast du aber auch nicht so das Boss aimen. Ich weiß, er ist so komisch rumgeschoben. Dann fällt mir die Schuppen los. Alter. Die Drohne, ja. Ich habe auch noch drei Ballets. Ich habe drei Ballets, Mann. Was mache ich denn jetzt? Ähm. Killen. Hellstorm in Bereitschaft. Drohne verlässt Einsatzgebiet. Drohne nähert sich. Oh Mann, jetzt muss ich hier eine ARK 7 aufheben. Ohne Schaft. Ich finde Schaft braucht man in dem Game. Ich finde ohne ist eklig. Braucht man hier eine COD eigentlich? Ja, aber manche haben gesagt. Kleine Krüfte meint sie zum Beispiel auch, dass man nicht so gut war. Donnergrollen bereit zum Einsatz. Oh, da bin ich mir jetzt noch nicht ganz so sicher. Ich will wissen, wie man diese scheiß Donnergrollen drehen kann. Granate, Bewegung, Bewegung. Junge, die Dinger sind ja mal ultralaut. Das mit den Sound muss noch gefixen werden. Ja. Turn on. Fast nicht turn on. 2 Ls bekommt er. Nein. Fast in Ultra turn on verteilt. Oh, belasten. Lässt du bitte schon 14 kills, aber erst 4. Was? Bist du bitte erst 4 kills? Ja. Ich bin die Gegner nicht. Sperr erledigt. Ein. Drohne bereit für Befehle. Oh, Drohentörnern. Ja. Oh, Razor Black geht mal her. Durch die Wand. Ne, Razor Back heißt sie. Ja, hab ich doch gesagt. Ja. Halbzeit. Das Ironside ist irgendwie zieht sich aus. Drohnen, Kreislaufkontrolle abgeschlossen. Ach, they're made. Nein! Drohnen, Prioritätsanforderungen erhalten. Umleitung. Was ist denn dieser Lotster, der da rum rum fliegt? Junge, da waren 3 Leute. Konnte nichts tun. Ah, dann it's time to come from behind. Ja, du hast doch bitte 17-0. 17-0? Ja. Geil. Erledigt. Hellstorm erwartet sich. Ja. Nukleärkrieg. Eigentlich nicht, aber. Sag das nicht so. Sonst wird's aufgeregt. Profit erledigt. Alter, die Razor-Dienste rasiert wirklich. Hast recht. Na so, machen wir mal das. Ich hoffe, ich bin nicht sicher. Ja. Junge, wie konnte ich dir das bitte überleben? Hex. Ich hab dich. Hä? Nein! Alter, der hat geschluckt. Was? Oh, ich hab ihn nicht richtig eklig durch die Wand gewöhnt. 1, 2, 3, 4 Hitmarker. 4 Hitmarker. 4 Hitmarker mit Cuda. Okay. Gott, ich hab ihn richtig eklig durch die Wand gehitten. Oh, den langer. Ohhhh. 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 Ne, ich spiel nur langer Lauf grad. Der Elektro dran, heute. Ich bin nicht überwunden. Ohhhh. Ich seh nicht, Mann. Ich seh nicht. Ich auch nicht. Ich hab grad einen gesehen. Was ist denn? Ohhhh, wo war der denn bitte? Ohhhh. Ohhhh, voll die knappe Sache, Mann. Ich hab ihn erledigt. Äh, Drohne. Ich bin überfordert. Ich drück immer cool. Also wenn ich Drohne einsetze will. Knife ist aber auch ein bisschen scheiße, weil das es so lange braucht. Bis man es wieder verwenden kann. Was ist Knife? Was ist Knife? Ich bin grad deswegen ist es so geil, wenn man es so schnell wieder verwenden. Ne, bei mir kann man es so auch nicht schnell verwenden. Ohhhh. Na doch. Na doch. Du gehörst so mir. Wo ist er hingerannt? Hellstorm in Bereitschaft. Neu. Oh, das ist keiner. Ah, ich glaub langsam weiß ich, wie die Hellstorm funktioniert. Donnergrollen erwartet. Donnergrollen. Donnergrollen ist aber schlecht noch. Ja, ich merk schon. Alter, 33-1. Digga, wenn ich das nicht hochleide, bin ich ja gelähmt. Sie konnten sich nirgends umreden. Du hast halt TinyCrim. Ja. Yeah. Yeah. Hä? Musst du das da stehen? TinyCrim hat dann 29-1. Was hattest du für ne Streak? Ich hab schon ne Ahnung. Man sieht ja irgendwie die Medaille nicht am Ende. Doch. Muss runterscrollen Hannes. Ja, seh ich. The camping is real. Ich hab gar nicht gecamt. Echt man muss runterscrollen? Ja. Hallo. Oh, Hendrik. Oh ne, Hendrik. Entschuldigung. Ach stimmt, ist ja der Trap-Clan. Wie muss ich runterscrollen? Wie sieht man es denn dann? Hendrik hat der Beta gekauft. Und das Scroll. Was ist ein Medaille? Was kostet der Leistung? Adam mit der? Ja, hatte sie geholt? Äh, skrupellos war ich. Ich lasse gerade runter. Malte skrupellos. Nein. Wieso zockt ihr die gerade? Die zocken. Ich zock. Ich zock. INE. 1 1 1 1 2 3 7 9 10 11